Vorsitzender zwischen den Fronten Das gute Wahlergebnis soll der SPD im Bund neue Impulse geben. SPD-Chef Martin Schulz wertet den Wahlsieg in Niedersachsen als den dringend benötigten Erfolg auch für die Bundespartei. Doch ein Politikexperte ist skeptisch. Er ist der Überzeugung, für die Zukunft der SPD werde Schulz keine maßgebliche Rolle spielen. Das ist für uns eine große Ermutigung, sagt Martin Schulz. Bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem niedersächsischen Wahlsieger Stefan Weil hofft er auch Punkte für die SPD holen zu können. Wir haben gestern einen gemeinsamen Erfolg eingefahren. Das Signal, die SPD kann drei Wochen nach der historischen Demütigung bei der Bundestagswahl wieder gewinnen. Das Ergebnis im Land sei Rückenwind für die organisatorische, personelle und inhaltliche Erneuerung. Das sagt dann auch Stefan Weil, Ermutigung, Erneuerung, tatkräftig und konsequent. Demonstrativ stellt er sich damit hinter Schulz. Zeitgleich springt es Bede Wisse-Vorsitzender Manuela Schwesig bei, an Schulz als Vorsitzendem werden nicht gerüttelt. Martin Schulz ist und bleibt Parteivorsitzender, sagt Fraktionsvorsitzender André Anerles. Schulz hat diese Unterstützung nötig. Denn auch wenn die Partei der Zeitgeschlossenheit demonstriert, eine verlorene Wahl zählt Parteivorsitzende an. Und an der Basis rumort es. Viele Mitglieder wollen zwar nicht den Vorsitzenden opfern, dessen Nominierung sie per Schulzzug Anfang des Jahres in ungeahnte Höhen führte, die Parteibasis liebt ihn. Aber neben einer inhaltlichen Neuausrichtung wollen sie personelle Konsequenzen in der Führungsriege sehen, die den neuen Kurs glaubhaft verkörpern können. Erst kürzlich rechnete der Berliner Fraktionschef Redzahler ab, die Partei trage mit Schulz am Vertrauensverlust der Bürger in die Politik und am Aufstieg der AfD. Es benötige einen vollständigen personellen Neuanfang, besonders unter den Funktionären in der SPD-Parteizentrale. Schulz habe gepunktet, sei dann aber in das Räderwerk der Funktionäre gekommen, schrieb Salo im Tagesspiegel. Er meinte unter anderem, Sigmar Gabriel und Apparatschicks im Willy-Brandt-Haus. Überhaupt befindet sich der linke Flügel in der SPD im Aufwind und seine Vertreter kommen aus der Deckung. Die SPD müsste sagen, wir wollen nicht ein bisschen mehr Gerechtigkeit. Wir wollen eine gerechte Gesellschaft. Punkt, sagte Hilde Matthais kürzlich der Tageszeitung am Wochenende. Matthais ist Vorsitzende des Forum Demokratische Linke 21, seit über zehn Jahren auch im SPD-Bundesvorstand. Die Partei müsse sich endlich von neoliberalen Einflüssen befreien, die tief eingesickert seien, sagt sie jetzt. Der Flügelkampf ist in vollem Gange. Hinzu kommen Bewegungen wie SPD++ und SPD erneuern aus der Parteibasis, denen sich schnell zahlreiche Bundestagsabgeordnete anschlossen. Vor allem junge Parteivertreter sind darunter. Die alte Garde gerät unter Druck. Auf welcher Seite wird sich Schulz wiederfinden? Dieses Wahlergebnis stärkt den Parteivorsitzenden nur für einige Tage. Schulz hat mittel- und langfristig keine Perspektive in der SPD, sagt der Politikwissenschaftler Klaus Schröder, der an der Freien Universität Berlin lehrt. Der wahre Machtkampf spielt sich zwischen Olaf Scholz und Andrea Nahles ab. Scholz galt bis zur eskalierenden G20-Lage in Hamburg als der Hoffnungsträger. Nun liegt das neue Machtzentrum in der Fraktion bei Nahles. Wäre die 20 in Hamburg nicht gewesen, Schulz hätte längst gesagt, ich mach's, schätzt Schröder. Doch der eher konservative Hamburger Bürgermeister Schulz gilt nicht als jemand, der ins Risiko geht. Er und Manuela Schwesig warten ab. Nahles, die er dem linken Parteiflügel zugeordnet wird, setzt derzeit auf Schulz. Wie wird es für den Parteivorsitzenden ausgehen, wenn er die von der Basis so dringend geforderten personellen Konsequenzen nicht durchsetzt? Das Blatt könnte sich schnell gegen ihn wenden. Trotz Niedersachsen.